dies ist die geführte meditation paradies dusche schaffe dir einen ort und einen raum an dem du die nächsten minuten nicht gestört wirst mach es dir auf einem stuhl oder auf dem boden oder auf dem bett bequem und nimm eine position ein die für die nächsten minuten angenehm für dich ist brauchst du vielleicht noch ein kissen unterm kopf oder den knien mach es dir so gemütlich wie möglich dann schließe langsam deine augen und bringen die aufmerksamkeit zu deinem atem dein atem der automatisch ein und aus fließt und dabei die bauchdecke hebt und senkt du wirst nichts tun alles wird für dich getan spür wie dein körper auf der unterlage liegt oder sitzt mit jedem atemzug singst du tiefer und tiefer auf die unterlage ein du kannst dein ganzes gewicht an die erde abgeben sie trägt dich und sorgt für dich es gibt gerade nichts zu tun du musst auch nichts an deinem atem verändern er ist genauso richtig wie wenn dir gedanken im kopf herum schwirren dann lass sie vorbeiziehen wie wolken oder lege sie in den ausatmen strom und ja hat man alles aus was dich gerade hindert hier und jetzt zu sein und wenn du bemerkst dass da wieder ein gedanke auftaucht und du dich darin verheddert hast dann in dem moment wo du es bemerkst lass ihn wieder los und komm zu deinem atem zurück einatmen ausatmen ausatmen und nun stell dir vor wie über deinem kopf ein duschkopf sitzt und es ist nicht irgendein duschkopf es ist eine paradies dusche die dich vitalisiert lebendig macht und das paradies auf erden für dich bringt stell dir vor da ist ein wasserhahn da ist ein hahn für diese dusche und es ist ganz egal ob der duschkopf und der hahn von alleine da sind oder ob so ob du sie dir bewusst vorstellst und du öffnest den hahn und da kommt ein zauber raus aus diesem hahn ein glitzer zauber in der farbe die dir gerade gut tut und dein ganzer körper jede zelle deines körpers wird von diesem glitzer sparkle zauber durchflutet du spürst die angenehme schwingung dieses zaubers der in dein leben einzug hält jede zelle ist durchströmt von diesem zauber von diesem paradiesischen gefühl es ist einfach da indem ich das wort paradies sage wird ein gefühl wird ein bild in dir entstehen und dieses bild bringst du in jede zelle deines körpers und nicht nur in die zellen deines körpers auch in deinen energiekörper um dich herum alles wird umspült durchtränkt von dieser qualität von diesem gefühl dass du damit verbindest jetzt das paradies auf erden zu leben jede zelle kribbelt und tanzt vor freude und dein energiekörper vibriert angenehm in einer wunderbar kribbeligen schwingung die dich wach macht und die ein lächeln ins gesicht zaubert und das schönste was dir du dir vorstellen kannst lässt sich jetzt in dein system ein sinken ist dringend in jede zelle und in jede schwingung deines energiekörpers die farbe die qualität dieser zauber dieser glitzer spakel yummy von der zehenspitze bis zur haarspitze ist alles durchtränkt von dieser qualität des paradieses dein herz wird wird umspült in deinem kopf wogen die wellen des paradieses in deinem bauch wogen die wellen des paradieses wohnen in deinen beinen in deinen armen wohnen 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 lass dich verzaubern lass dich mitnehmen lass dich entführen lass dich entführen wasser von dieser verzauberten schwingung und sie ist jetzt da vollkommen in jeder in jedem winkel deines deiner seele dringt sie vor hier Spür, wie es schwingt und nimm noch ein paar kräftige Atemzüge, tank dich richtig auf, um dann langsam in deinen Alltag zurückzukehren. Und mit diesem wohligen Gefühl langsam wieder die Augen zu öffnen und dieses Gefühl, was du in dir erzeugt hast, jetzt mitzunehmen in deinen Alltag, wenn du die Augen öffnest. Und dann kehre langsam wieder zurück, beweg dich ein wenig und ja, viel Vergnügen in deinem Alltag, in deinem Paradies. Vielen Dank.